Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir Dungeon Nightmares Und das ist mal wieder ein Indie-Horrorspiel Und das habe ich halt auf Itch.io gefunden und ich habe selber schon mal so ein bisschen gespielt und ich finde das eigentlich ziemlich geil Und ja, ich werde wieder einen Link in die Beschreibung packen, damit ihr es auch selber spielen könnt Okay, dann würde ich sagen, wir starten jetzt mal mit Nacht 1 Okay, und wir sollen die Kerze in dunklen Räumen verwenden Und die Kerze können wir mit C anmachen Okay Ich muss auch echt sagen, das Spiel hat eine echt krasse Atmosphäre Okay You should not have come here Okay Und ich werde mich wahrscheinlich wieder extrem erschrecken Okay, warte, wir haben noch eine Karte, die kann ich mit M aufmachen Okay Und da sehen wir auch, wo wir schon waren und wo halt noch nicht Boah, Alter, der erste Jumpscare Okay, gehen wir mal hier nach hinten Okay, da geht es nicht weiter Boah, ich habe echt mega Schiss bei dem Spiel Ähm, gehen wir mal hier hin Welche waren wir noch nicht Warte, ich muss die Kerze verwenden Oh, ich habe jetzt gerade gar keine Shit Okay, ein Skelett Goldbahn Run, you have Oh, shit Oh, wir müssen hier weg Boah, diese scheiß Skelette, Alter Da war doch jemand Oh, Gott Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr das zu spielen Ah, ich habe wieder eine Kerze Das ist gut Oh, shit, wieder so ein scheiß Skelett, Alter Ich glaube, die verfolgen mich sogar Alter, was ist jetzt? Ähm Okay, we are always watching Oh, wir müssen den Ausgang finden Wir haben das Artefakt gefunden Ähm Okay, warte, ich schaue mal kurz auf die Karte Ja, toll Und wo ist der Ausgang? Der kann halt überall sein Komm schon, Wimsen, zum Ausgang Oh, Alter Boah, dieses scheiß Skelett Ähm Nach links oder rechts? Ich gehe mal nach links Und ich habe immer das Gefühl, dass irgendwas hinter mir ist Oh, shit, nein Nicht so eine Scheiße Gott Schau mal hier rein Was, die können jeden Schritt hören, den ich mache Alter, das ist so ein bedrückendes Gefühl Okay, dann gehen wir hier nach rechts Oh, wieder so ein scheiß Skelett, Alter Oh, nein Verpiss dich, bitte Okay, ich habe eine Kerze, das ist gut Aber hier geht es auch nicht weiter, oder? Ne, hier ist ja gar keine Tür mehr Ah, doch, hier geht es weiter Gehen wir mal hier hin Ich hoffe mal, die Kerze geht nicht gleich wieder aus Okay, da ist wieder Wasser Schauen wir mal kurz rein Komm schon, wo ist der scheiß Ausgang, Alter? Ah, warte mit B Achso, oh nein Shit, das ist ja ausgegangen, ich Idiot Oh Alter Okay, aber bis jetzt geht es eigentlich noch Das Ding ist ja auch Der Sound ist eigentlich fast das Schlimmste an dem Spiel Weil würde man das Spiel ohne Sound spielen Wäre es halt nicht so gruselig Komm schon, bitte Ich brauche den Ausgang Ich will hier raus Oh mein Gott Ich schaue mal kurz auf die Karte Ähm, okay, warte Ich kann hier hin Boah, ich sehe da auch einen Scheiß Ist halt komplett dunkel Warte, ich glaube jetzt nach Äh, nach Ne, warte mal Äh, ne, warte Jetzt bin ich wieder zu weit gegangen Okay, jetzt hier hin Ja Hier waren wir noch nicht Okay, jetzt so ein Bild Oh, der ist der Ausgang Geil Komm schon, ich will hier raus Ja, wir haben es Okay, Nacht 1 überlebt Okay Gold gefunden, 30% Ja, okay Toll Okay, Nacht 2 Dann gehen wir mal die Nacht 2 rein Alter, es gibt sieben Nächte Wirst du mich verarschen? Was? Don't follow her to that room Don't let her Let her find you Oh shit Alter, die zweite Nacht Ist wahrscheinlich gleich viel schlimmer Weil die erste Ist eigentlich noch gegangen Also so schlimm war die jetzt nicht Boah, Alter Okay, ich habe eine Kerze Ich verwende die mal kurz Alter, es ist doch noch Alles noch viel größer, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Boah, ich will eigentlich nirgends hingehen Ich gehe mal hier nach links Oh nein, nicht sowas Oh Gott Alter, was war das für ein Schrei Alter, das Spiel ist so schlimm Nein Nein, shit Nein, bitte nicht Okay, ich glaube, ich gehe lieber wieder zurück, oder? Oh Gott Da heult wieder irgendjemand Ich schaue mal auf die Karte Wir sind hier oben Ich gehe einfach mal weiter Weil da hinzugehen ist wahrscheinlich keine gute Idee Ich brauche keine Kerze Nein Oh Gott Gehen wir mal hier hin Okay Eine Tür Oh Gott, da passiert gleich wahrscheinlich irgendwas, oder? The darkness now has you Okay Gehen wir mal hier hin Noch so eine Kiste Okay Okay, wir müssen wieder den Ausgang finden You need to get out Ich schaue mal auf die Karte Aber wo ist denn bitte der Ausgang? Warte mal Gehen wir hier nach hinten Oh nein Shit Oh nein Okay Ich gehe mal weiter Jetzt hier hin Der könnte ja theoretisch der Ausgang sein Ich habe aber irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei Okay 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 Look in the mirror Look in the mirror No one can hear you scream down here Oh shit, wo ist der Ausgang? Okay Okay Gehen wir mal hier weiter Oh Alter Nein Oh Alter Da bekommt man echt Gänsehaut Gehen wir mal hier hin Komm schon der Ausgang Aber bis jetzt haben wir hier keine Skelette gesehen Der Ausgang Alter Geil Raus hier Okay Okay So weit war ich echt noch nie Die zweite Nacht haben wir jetzt auch überlebt Gehtosel completed 42% Was sie wollen ihre Rache Gehen wir nach drei Aber gut Leute Ich habe echt keinen Bock mehr das zu spielen Ja aber ich finde das Spiel eigentlich so ganz geil Ja Gut Leute dann würde ich sagen Das war es mit dem Video Ich hoffe es hat euch gefallen Bis zum nächsten Mal Und Tschüss